Die alte Regierung ist aus der Hauptstadt geflohen und versteckt sich im Exil. Die Informationen aus dem besetzten Athen sind mager, aber es kann nicht bezweifelt werden, dass die sowjetischen Streitkräfte inzwischen alle Gefechtszonen in der Umgebung der Hauptstadt kontrollieren. Doch trotz mehrfacher Abmahnung durch die UN kämpfen die sowjetischen Cyborgs auch in der Stadt selbst einer zivilen Zone. Es bleibt zweifelhaft, ob die alliierten Truppen diesen Bruch des Cyborg-Kriegsvertrags stoppen können. Als Reaktion auf diesen unerhörten Akt des Terrorismus konnten die Alliierten bei den Vereinten Nationen mit 281 zu 7 Stimmen eine Resolution durchbringen, die ein beispielloses finanzielles Unterstützungsprogramm für ihre Militärausgaben bewilligt. Dieses neue Mandat sieht die Gründung einer globalen Defensiv-Initiative vor, die mit Truppenteilen aus verschiedenen Nationen den internationalen Terrorismus bekämpfen soll. Klingt übel, nicht wahr? Tja, ist es ja auch. Aber Stalin hat gerade sein Todesurteil unterschrieben. Denn zumindest hilft er uns dadurch, den Rest der Welt gegen ihn zusammenzuschweißen. Ja, wir haben Griechenland verloren. Aber wir sind noch nicht aus dem Rennen. Stalin glaubt das vielleicht. Aber solange wir noch auf Kommandeure wie sie zählen können, werden wir diesen Krieg gewinnen. Mein alter Freund... Tanjas Begleitsheiburg sendet. Sie hat etwas gefunden. Aber russische Sicherheitskräfte haben sie gefangen genommen. Man wird sie mit Sicherheit nach Moskau bringen. Wir müssen sie befreien. Sie hat lebenswichtige Informationen über das Projekt Eiserner Vorhang. Diese Informationen könnten den Verlauf des Krieges ändern. Er muss erst wieder einen klaren Kopf bekommen. So ist er niemandem von Nutzen. Die Sowjets halten Tanja in der Gefechtszone Grottner fest. Das Gefängnis ist zwar gut bewacht, aber ein Versorgungs-LKW kommt mehrmals täglich aus einer nahegelegenen sowjetischen Basis rüber. Wenn Ihre Spione die Fabrik infiltrieren können, können Sie eventuell per Anhalter ins Gefängnis mitfahren. Sobald Sie Tanja gefunden haben, schaffen Sie sie daraus. Wie auch immer. So ein hübsches Gesicht. Wo ist Professor Einstein? Ich hätte gehofft, dass du das sagst. Ich hätte gehofft, dass du das sagst. Ich fürchte, die Nebenwirkungen sind etwas permanent. Und damit willkommen zurück zu Red Alert. So, wie in einer anderen Mission, müssen wir auch hier Tanja irgendwie befreien. Ohne sind wir zu dicht auf einem Fleck. Oh, in der Tat. Oh, in der Tat. Für Königin und Vaterland. So, auf zum Gefängnis. Oh, zwei Tesla-Schwulen sogar. Gebäude infiltriert. Bevor sie da alles zusammenschießt. Oh, guck mal her. machen wir uns einen schaden in dieser basis jetzt kommt 200 schlecht und hütte weg so viel zu stunden wie du geht hier gar keinen bock aber gegen die zu kämpfen 0 bock die brauchte nämlich nicht unwichtig da kommst du noch mal das war nett von dir so komm 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 ja alles gut dann haben wir jetzt noch die eine basis mit seiner hundenhütte noch weg mit euch schade dass wir nicht weiterkommen können mit ihr dann ja gerettet und da oben perfekt verstärkungen sind verstärkungen sind eingetroffen damit kommen nach einem mammutpanzer euer erz den müssen wir anders catchen dann kommen wir schon von selber In Ordnung. Bestätigt. Bye. Und los! So, dann los auch mal kommen. Bestätigt. Ja, Sir, bestätigt. Ja, Sir, bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Ja, Sir, in Ordnung. Wird bearbeitet. Neue Bauoptionen. Meldet mich in Ordnung. Anschlussliegen noch. Bestützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Ja, Sir. Wird gebaut. Ja, Sir, in Ordnung. Energie, in Ordnung. Ja, Sir, in Ordnung. Wird gebaut. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir, bestätigt. Oh, da haben wir schon mal sehr viel kaputt gemacht. Ja, Sir, in Ordnung. Abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. So, bauen wir erstmal genug Geld. Wird bearbeitet. Bestätigt. Dann kommen wir nochmal hier über. Bereits zum Einsatz. In Ordnung. Einheit bereit. Wird gebaut. Ja, sammeln wir fleißig weiter. Das war ja klar. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Einheit. In Ordnung. Bestätigt. Hier Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Wird gebaut. Wird gebaut. Hm. Strom hat er noch genug. Das ist schlecht. Deswegen wollte ich so viel Stromplatt machen, wie nur geht. Wird gebaut. Ja, Sir. Ich stehe dich. Ja, mal gut. Müssen wir mit leben. Deswegen brauche ich Kampfpanzer ohne Ende. Ob es jetzt die sowjetischen Kampfpanzer sind oder jetzt die alliierten Kampfpanzer. Das ist mir so relativ egal. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ich habe nur den leichten Panzer. Das ist schlecht. Anheit bereit. Wird gebaut. Aber wie wir ja wissen, in Masse sind die Dinger geil. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Melde mich. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Verloten. Bestätigt. Bestätigt. Einheit bereit. Das ist ein paar von hier unten raus. Wird gebaut. Primaire Bauwerk ausgewählt. Melde mich wie befohlen. Einheit bereit. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verboten. Bestätigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. Einheit verloren. Wird gebaut. Einheit verloren. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Wird gebaut. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. 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 Ich werde mich wie befohlen. Einheit bereit. Ja, macht ja mal da Platz. Ich werde mich wie befohlen. soll ich schon ganz groben haben kommt mal mit so locken sie mal alle einheiten von den Zoll jetzt müssen sie nach hinten kommen kommt mal hier runter ja 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 Bestätigt, bestätigt, in Ordnung, 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 bestätigt Ah, kommt schon. Oh, kommt wieder ein Baum. Wo ist denn dein kleiner Bauhof? Ach, den hast du nicht mehr. Ach, wie schade. Ja, kommt schon, Leute. Bisschen mehr Druck. Ja, das geht halt nicht. Ja, alles gut. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, ich schade jetzt mal am Sammler zu blöd, jetzt so irgendwas zu machen, hier. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Das ist jagens von deinem Sammler hier. In Ordnung. Melde dich wie befohlen. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Mitkommen und mitkommen. Mitkommen und mitkommen. In Ordnung. Bestätigt. Wir vollen! Einsatzi erfolgreich. So wunderhübsch, aber dabei so störrisch. Ja, dazu kannst du nichts mehr sagen, diese Zwischensequenzen, ne, einfach so geil. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.